Hans-Hopter hat dieses Jahr wieder einen schönen Zug auf die Beine gestellt. Ja, also wir haben uns wieder Mühe gegeben, Petrus bestochen. Weil es ist immer wichtig, wenn wir am Eichenweg zuerst gehen, ist ja traditionell schönes Wetter. Aber das kostet mittlerweile beim Petrus richtig viel Geld. Keine Todsünden mehr. Das ist bitter manchmal, ne? Oh, das ist das Allerschwerste. Also Geld wäre ja nicht so schlimm, aber keine Todsünden begehen, das ist kritisch in unserem Alter. Jürgen, möchtest du auch eins? Natürlich. Dankeschön. Halt fest. Das ist aber ekelig im Gegensatz zum Wald. Das ist aber ein Bippel. Für nichts. Grüß Gott. Dankeschön. Prost. Ja, wenn jetzt büten wir. Toll, danke. Prost. Wir haben ganz laut gerufen. Jürgen ist wieder da. Jürgen. Wir haben eine Lieblingsgruppe seit Jahrzehnten. Oh, ja, ja, ja. Wir haben sogar jetzt vergleite Männer dabei. Bitte? Wahnsinn. Wir sind das Beiwerk für die Frauengruppe. Ja. Und du kommst extra aus Wien? Extra angereist. Klasse. Ja, ja. Ja, wer ist da schon. Ja, wer ist da schon? Ja, wer ist da schon? Ja, wer ist da schon? Ha, ha, ha. Du bist ja auch unermüdlich dabei. Ja, Käser. Ja, Käser. Ja, Käser. Ja, Käser. Mach mal die Kamera rein. Ja, geht die Marasi und dann haben wir sie. Wir gehen jetzt alle verschieben. Wir gehen jetzt alle verschieben. Servus. Mann! Alles klar! Wunderbar! Wir sind zu eng! Anna! Komm uns Bayern! Komm uns Bayern, die zwei! Komm bitte! Komm! 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 Okay! Komm! 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 Musik Die Fahrer vergisst man oft. Oh nö, das reicht auch. Kamelle! Hapko! Hey, da ist ein Puscheltier. Kamelle! Kamelle, Puscheltier, Mama, der Enkeltier. Kamelle! Kamelle! Vielen Dank. 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 Schöne Grüße. Okay. Hallo. Ja. 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 Der niemanden liebt, der geht und dann wird nie. Der Mensch ist entschlossen, der Rüder in der Watt und der Welt freut sich. Ich bin mit Freien, du groß ist die Nucht für uns zwei. Wir sind heute wie mich tausend gefühlt, das was ich will, das sag ich mit dir. Und du schick' nass, ja, ich gespür' ich lieb' und nicht. Und du schick' nass, ja, und ich spür' was Leben demnimmt, und ich mag' dir das. Das ist heute wie mich in meinem Land zu halten. Und wir müssen hier über die Kilpiele aus, denn wir müssen da mal die Kilie, zur Starze, die ja, aller woche am Tor, der fünf sechs 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 seien, und die Welt ist nicht richtig. Auf die Einstück, das gefällt mir. Hallo, Prüsi, ja, ja. Ist sie süß oder ist sie süß? Ja, 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 ja. Aber jetzt wird ja überschnitt hier, das ist ja der Wahnsinn. So sind wir halt. Am den Hans. Bitte? Am den Hans. Die Geräte werden von Jahr zu Jahr kleiner.